Hallo Leute, da sind wir wieder bei Bondegast.TV, nicht gerade aufgestanden, aber warte, wir gucken, wir haben jetzt 17.18 Uhr, gleich kommt mein Freund Goran und dann gehen wir später, jetzt müssen wir nur ein Intro, das ist so wie intro-mäßig, ihr Miesen, wenn Goran kommt, der muss eine holen, nein, deinus kein Sponsor, deinus Kollege, sagt er mit sieben Minuten, Goran, ey, du Mieser Wichser, sieben Minuten, wenn soll ich draußen sein, ich hab schon vier Lieder gehört, das heißt, in mehr als sieben Minuten wird es immer noch nicht gemeldet, okay, wir sehen uns dann gleich in Kaufland bestimmt, Kaufland, dann, warte, wir machen so, wir switchen jetzt in Kaufland, wo ist der Goran, der Miese Wichser, da haben wir den, Goran, ich hab vergessen, wiederzumachen, sag mal, hallo Leute zu den Leuten, hallo Leute zu den Leuten, hallo Leute zu den Leuten, Goran muss ich filmen und Dings, halten, guck mal, Jungs, Mädels, so was auch mischen ist, oder filmst du mich? Ich hab auch gerade was in der Hand, du musst an die Kamera gucken, ja, ich guck mal an die Kamera, so ist gut, gell, da sind wir wieder, jetzt haben wir wieder neue Kameramann, Goran, die Kälte noch vom Frühjahr, von den Anfangsvideos, da hab ich immer gesagt, Kameramann willst du, aber es wird sich schlecht, der Kameramann, sag mal, deine orangen Saft, komm immer mit dem Mann, komm mit dem Mann, komm mit dem Mann, wir haben nicht so viel Geld gehabt, wir haben Fanta gegeben, das haben wir leider nicht auf Video, da haben wir das uns bestellt, Ist auch besser so, wenn es nicht auf Video haben. Ja, nicht alles, wir müssen nicht alles zeigen, wo Orangen Saft ist, das hast du an der anderen Seite, aber das ist so für die, das ist so für die, das ist so für die nächsten zwei Tage. Ich hab 2000 Red Bull, ich hab 2000 Red Bull, oder 2000 Red Bull, äh, mit dem Kommt Rösel hin, da hol, dann gibts überhaupt die Effekte. Irgendeine Orangen Saft, für die Mädels, guck mit Fruchtfleisch, oder auch nicht, boah, ohne Orangen Saft, konzentriert, komm komm, ohne Konzentriert, mit Frucht, gehackt, ohne Fruchtfleisch, mein Freund. Oh, der nimmt aber einen, wir müssen noch drei Stück von denen gesponsert kriegen, leider haben wir noch kein Geld für GoPro, scheiße, ich hab gedacht, bisschen Geld ist auf Bank, aber ist nicht da, nicht mal meine Bank, aber egal. Okay, Jungs, Mädels, Obas, die hier miesen, Wichser. Bevor du anfängst, so, hast du schon angefangen? Ja, ja, hast du angefangen? Nee, nee, du kannst nicht drehen, während du das Video anfängst, das wird dann schon auf Kopf, weißt du? Hallo Leute, da sind wir wieder, halt du die Kamera. Warte mal, das ist deine? Ja, egal. Hä? Ja komm, nimm eine Kiste, reicht doch. Eine Kiste? Ein Garton. Ein Gartisch-Garton? Komm, Turton. Sonst gibt's 60 Euro. Warte mal ganz kurz, auf Kamera auf mich. Ja, ja. Teil Nummer zwei, ne? In Kaufland. Kaufland, fünf Euro Wotti. Da ist die zweite. Wir haben noch fünf Stück zu Hause. Aber weil wir gestern sieben gekauft haben und nicht Dings, Goern hat zwei Stück gekauft. Wo hast du gekauft? Edeka. Sechs Euro. Weißt du, was das war? Das ist im Angebot, das ist gar nicht im Angebot gewesen. Sechs Euro ist sechs Euro. Fünf Euro ist fünf. Das ist im Angebot. Okay, Jungs, Mädels. Ah, wir müssen noch Getränke holen. Cola, Fanta. Holen wir auch noch eine Kistchen. Für die Kinder natürlich. Was? Und danach, natürlich für die Kinder machen wir das. Für die Kinder machen wir natürlich alles. Alkohol ist nicht für euch, aber für uns. Hallo Leute, da sind wir wieder bei Bondegast. Leider Gottes. Wir machen, was machen wir gar? Wir kaufen GoPro, ihr miesen Wichser. Deshalb müssen wir noch auf den Sponsor warten. Aber das wird die gleich sehen. Warte, ich mach mal Stopp. Seht ihr? Ja. Ja. Spezialeffekt. Gordane, du Hund. Hast du gedrückt? Ja. Wir wollen uns heute unser GoPro im Wichser wichsen. Wir sind Wester. Ah, ab da wird wieder. Ich will nur noch Fender. Ja, die verdammte GoPro. Ich will noch mal mit der Bisschen. Goey, goey. Wo ist die Goey? Wo sind die Kamera da? Frag doch lieber. Die Kamera ist noch ganz klar. Ah, da sind wir doch. Der war nur noch fleißig. Ah, das hat er. Jetzt können wir doch nicht kaufen, ne. So teuer? Zeig mal, Preis. Können wir uns das erlauben? Wir brauchen noch einen Sponsor. Das hat man gesagt, Sponsor. Aber hier ist schon kaputt, guck mal, hier kann man nicht leben. Aber mit dieser, wer ist diese andere? Auch diese Nadel? Nein, oben. Ah, und das ist da unten. Da hat sich extra bald verborgen, da habe ich gedacht, das ist zu gefährlich wie jetzt. Jetzt sind wir zu heiß, den Stick. Von GoPro. Wie ist er da? Da ist er da. Hallo. Wenn wir das ein bisschen billiger kriegen, dann ist es gut. Was sind denn die aktuellen Online-Fall? Ja, es war heiß, aber leid. Vielleicht nicht. Da können wir nichts mehr machen. Was ist das? 4550 Euro. Das heißt, man muss 4550 Euro kommen. Ist doch der Große, gell? Ja. Das ist der Dreifahrer. Das ist gut. Das brauchen wir. Das brauchen wir, Jungs. Ob das Obis-Kinastik ist, Jungs, sind die. Speicherkarte haben Sie? Ja, genügend. Aber da sind auch keine mehr drin, ne? Ach, umso teurer die werden, umso weniger. Ich habe diese... Ich habe die... Die 2018 habe ich gekauft. Da war ein Zahal. Aber die habe ich bei GoPro gekauft. Also... Direkt kochen. Ah, okay. Bei der nächsten Aktion bin ich auch hier dabei. Ich kaufe es immer, wenn es zu spät gewinnt. So wie der reguläre Preis. Aber ja, dann werden wir mal an. Okay, gehen wir. Dankeschön. Wir gucken auf das... Abonnieren darfst du auch. Ja. 300. Sonst darf man mich nicht sehen. Nee, nee. Kann man abschreiten. Weißt doch, wie es hier ist. Ja, hier ist alles. Meine Freunde sind ganz groß. Wir haben sie verboten in dem Laden. Ja. Dann machen wir mal... Machen wir mal hier ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz. Wir sehen uns draußen, bitte. Ja, das ist alles. Ja, das ist alles. Ja, das ist alles. Ja, das ist alles. Hallo Leute. Da sind wir wieder bei Pondigas TV. Und zwar... Was soll das sagen? Ja, das erste Video mit der GoPro, Alter. Mit der neuen GoPro. Jungs, Mädels, sowas auch jetzt. Natürlich. Da haben wir eine Tatouren gekauft. Da habe ich schon ein Video gemacht. Das ist jetzt gerade ein Video, wo ich das jetzt gerade fertig gemacht habe. Und dann habe ich schon vergessen, in dem Video sage ich gar nicht. sagt doch jeder kann morgen kommt also zu silvester jeder kann hierher kommen kein problem durch bin ich will ich weiß gar nicht mal wie das was ich da alkohol ständig götterling aber so sonst sonst muss die wohnung noch mehr wollen die sehr ohne roten sich noch viel an wegschmeißen und das habe ich schon mal das habe ich geholt über die tage da müssen noch das haben wir geholt hier 100 200 das reicht morgen der ich will eigentlich so ein ding zu holen halter und halter auf jeden fall jeder herzlich willkommen bei bonn diggers ihr miesen wichser könnt ihr alle herkommen könnt ihr saufen oder nicht mal saufen lachen ein bisschen lachen aber ja sitzplätze ist ein bisschen schwer ich muss gucken bänke gehen aber wer so eine bank hat so eine bierbank oder so und der das zu verfügung stellen kann wenn ich sehr sehr dankbar für und natürlich ist auch wie gesagt jeder willkommen der mir nicht auf den sack geht doch auch abonniert den verfügten kann nur 461 abonnenten heute bin ich auch gestanden aber na 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 was passiert 459 ich bin schlafen gegangen mit 400 ich stehe auf mit 459 ich bin so langsam ich schreck mich doch nicht aufwege jetzt bald müssen wir pro tag alles von bis zum westen 500 haben aber bei 500 gibt es den scheiß polizei video ok ciao ich habe so einen großen jahre